Servus, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist NecroCon und das ist der NecroTalk. Da suchen wir uns ein Thema raus und sprechen darüber. Ich bin zwar heute allein, mich beschäftigt aber trotzdem ein Thema, über das ich gern mit euch reden möchte. Ihr könnt ja einfach zuhören, könnt dann eure Kommentare später posten, ja, oder könnt ihr auch währenddessen posten. Das bleibt euch überlassen. Das Thema, das werdet ihr vermutlich schon aus der Überschrift entnommen haben, sind Videospiele sinnlos. Ich habe da mir ein Video angeguckt zu so einem Beitrag, da wurde LeFloid eingeladen in eine Show und sein Kontrahent war ein älterer Herr, dessen Name jetzt eigentlich auch gar nicht wichtig ist, der eben gesagt hat, nö, Videospiele, doof und Kinder sollten eher Bücher lesen, das ist viel wichtiger. Da lernen sie auch mehr, da lernen sie Sprache, da lernen sie imitieren, da lernen sie, ach, weiß der Kuckuck, was man nicht alles lernt, was man in Videospielen nicht hat. So, dass ich als Gamer und auch Let's Player da vielleicht ein bisschen anderer Meinung bin und auch wirklich meine Partei stark für Videospiele ergreife, ist ja, glaube ich, jedem klar, nicht wahr? Aber ich würde das Ganze gerne trotzdem relativ objektiv besprechen und würde da auch ganz gerne meine Erfahrungen mit einfließen lassen, warum ich das denn wichtig finde. Weil, dass ich sage, Videospiele sind geil, ist ja klar, aber warum jetzt? Was finde ich daran gut und warum zocke ich überhaupt? Und ich habe sehr oft diese Diskussion mit anderen Menschen, vielleicht zum Beispiel auch mit meinen Eltern, ja. Letztens hat mich meine Mutter gefragt, sag mal, ist das nicht kindisch? Ja, Golden Sun, was du da spielst, oder Mario, ist das nicht kindisch? Uff, hat er Tabak, äh, Tobak, Tabak auch, nein, Spaß beiseite. Aber wie soll man der Frau jetzt erklären, dass ich zum Beispiel, ähm, auf einen italienischen Klempner stehe und nicht so auf Blutfontänen in Gears of War? Oder beziehungsweise ich stehe auf beides, ja, muss man ja sagen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Pixar-Filmen oder mit Disney-Filmen, ja. Ich habe ihr versucht, einfach einen ganz simplen Fakt zu erklären, wo sie dann sofort gesagt hat, oh, okay, da hast du recht. Schön, dass ich da dieses Argument gefunden habe. Ich würde das gerne an euch weitergeben. Ähm, sie hat mir letztens irgendwie ein Video aus ihrer Kindheit gezeigt von so einem Zeichentrickfilm, ja. Und sie hat halt gegrinst und hat gelacht und hat gesagt, ach, guck mal, das hat mir als Kind so schön gefallen und ich finde das toll, ja. Jetzt ist die Frau jetzt aber schon ein bisschen älter, ich sag mal, über das Kindheitsalter hinaus. Ihr versteht, was ich meine, ja. Jetzt guckt die sich aber einen Zeichentrickfilm an für Kinder und findet es trotzdem gut. Wie kann das sein? Ganz einfach, ich habe ihr versucht, einfach zu erklären, schau mal, wenn du dir das jetzt anguckst oder wenn ich mir ein Spiel angucke oder spiele wie Mario oder was auch immer, dann verbinde ich in dem Moment einfach meine nostalgischen Gedanken dazu, ja. Ja, einfach so, wie ich mich als Kind gefühlt habe, so fühle ich mich jetzt ein bisschen, ein bisschen unbekümmert, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen. Ja, Nostalgie trifft es eigentlich auch schon sehr gut. Ich glaube, mit dem Wort können auch die meisten was anfangen. Ich fühle mich einfach zurückversetzt. Ich fühle mich dann wieder wie ein kleiner Junge. Und das Gefühl ist natürlich schön, ja, weil als Erwachsener hast du eigentlich genug Sorgen und Videospiele sind auf jeden Fall in gewissem Sinn eine Zufluchtsmöglichkeit. Ich möchte nicht sagen, dass es die Zufluchtsmöglichkeit ist. Ich möchte nicht sagen, dass das dann gut ist, indem man sich in diese Spiele vergräbt und gar nichts mehr macht. Aber als ich einfach dieses Video gesehen habe, da schossen mir einfach so viele Gedanken durch den Kopf, ja, dass das heutzutage immer noch relativ negativ behaftet ist. Äh, du zockst Videogames, ja, äh, bist ein Nintendo-Kind. Ja. Es gibt so unglaublich viel zu sagen. Das strukturiert hinzukriegen, das ist, glaube ich, gerade in dem Moment gar nicht möglich. Das ist einfach die Frage, wo fängt man da an? Ich würde es ganz gern vielleicht mit der Schule machen. Was ich damit meine, ist Folgendes. Ich habe mich natürlich auch in der Schule damit auseinandergesetzt. Ähm, wir hatten da in Deutsch ein sehr interessantes Thema eben, äh, da ging es um Kontroverse, Pro und Contra, Argumente rausarbeiten, Argumente dafür, Argumente dagegen. Und da kam auch dieses Thema vor, dass wir uns auswählen durften, ähm, was wir über Videospiele eben sagen, sind Killerspiele böse, ja, so auf die Art. Oder, ähm, das andere Thema wäre gewesen, was halten wir von Globalisierung? So, was wählt der Nekrocon? Natürlich Videospiele, keine Frage. Und die Lehrerin, die war halt auch relativ begeistert, weil sie einfach gemerkt hat, dass ich da nicht einfach geschrieben habe, äh, es macht halt Spaß, sondern dass ich mir was dabei gedacht habe. Ich weiß nicht, ob ich alle Punkte wieder zusammenkriege, aber ich versuche es einfach mal. Wie gesagt, das ist jetzt total, ähm, Freestyle, das ist nicht irgendwie auf, äh, aufgeschrieben oder abgelesen oder wie auch immer. Ich habe mir noch nicht mal Notizen gemacht. Hätte ich lieber tun sollen, was? Uff, okay, passt auf. Und zwar, was hatte ich da alles für Gründe, ähm, die natürlich dafür sprechen, die dafür sprechen, logischerweise. Ähm, ich habe geschrieben, ich bin in Welten versetzt worden, die real sind, die ich so niemals gesehen hätte. Zum Beispiel Stalker, Chernobyl. Die Entwickler haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, haben, ich meine, 4000 Fotos geschossen, kann das sein? Sehr, sehr viele auf jeden Fall. Und haben versucht, diesen Ort, äh, der radioaktiv behaftet ist und weil eigentlich niemand sich lange aufhalten darf, weil er dann sonst so viel radioaktive Strahlung abkriegt, haben versucht, diesen Ort, äh, so detailgetreu wie möglich nachzubilden. Und haben sie ja auch geschafft, weil wenn ich mir die Fotos angucke oder das Spiel selber, äh, ist halt eins zu eins. Sind wir mal ehrlich, ist jetzt, sag ich mal, von der Landschaft auch nicht überaus aufwendig. Aber einfach diese Tristlosigkeit, dieses Zerstörte, dieses Feeling, ja, das sie da rübergebracht haben, das ist halt Chernobyl. Ich habe mich da wirklich gefühlt, als wäre ich da unterwegs. Oder aber in dem alten Jerusalem mit Assassin's Creed. Okay, zugegeben, wer weiß schon, wie es wirklich im alten Jerusalem ausgesehen hat. Ja, das, das kann man ja so nicht sagen. Aber ich habe mich trotzdem, ähm, für einen kurzen Moment eben in diese Epoche zurückversetzt gefühlt und fand das schön. Es gibt natürlich auch andere Spiele, die versuchen eben einen hohen Realismusgrad an den Tag zu legen und das dann auch schaffen. Ja, ihr könnt mir da gerne in die Kommentare schreiben, welche Spiele ihr gespielt habt, wo ihr gesagt habt, Mensch, das ist aber realistisch geworden, ja, einfach von der Umgebung, ja. Skyrim jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, Skyrim ist eine Fantasiewelt. Ich glaube, man hat sich zwar irgendwie versucht, äh, an einem skandinavischen, äh, an einer skandinavischen Landschaft zu orientieren, aber man hat halt schon gemerkt, dass das echt komprimiert ist. Du, du hast eben noch Gras und plötzlich hast du halt Eisflächen, ja. Ist halt ein Spiel, okay, da, da wollen wir mich nicht zu sehr drauf rumreiten. Das war ein Punkt, den ich da genannt habe. Ein weiterer Punkt, dass das eben eine, ein Wirtschaftsaspekt ist, soll heißen, du brauchst Grafiker, du brauchst Leute, die den Sound machen, du brauchst Leute mit der Logistik, du brauchst den Vertrieb, du brauchst PR, du brauchst Programmierer. Du brauchst unglaublich viele Menschen, die da an einem Strang ziehen, dass halt ein Produkt dabei rauskommt. Was ich gut finde, sind halt viele Jobs, die da irgendwie dranhängen. Zugegebenermaßen, für all diejenigen, die es nicht wissen sollten, bei Call of Duty zum Beispiel, ähm, ist es so, dass da teilweise die Leute eine 100-Stunden-Woche hinlegen müssen, weil der Chef dann einfach das, oder die Chefs, das in dem Moment dann so gewollt haben, dann hieß es, ja, und wenn ihr jetzt so durchackert, dann kriegt ihr halt später, keine Ahnung, äh, äh, zwei, drei Wochen frei, oder was, ja. Das Blöde ist, haben sie nie bekommen. Wiederum nochmal doppelt so schlecht ist, diese Menschen haben auch Familien, ja. Ganz oft habe ich in den Danksagungen gelesen, wenn das Spiel vorbei war in den Credits, ähm, ich bedanke mich bei meiner wunderbaren Frau und bei meiner Familie, die so viel Geduld mitgebracht haben, oder was. Und ich habe den Satz nie so recht verstanden, bis ich eben das mal gehört habe. Ich meine, zieht euch das mal rein, 100 Stunden, die sind teilweise wirklich 20 Stunden im Büro. Könnt ihr euch das vorstellen? Vier Stunden wird gepennt und danach wird weitergemacht. Ohne nach Hause zu gehen natürlich. Also, diese Passion, ja, geht halt schon relativ weit. Und das schlägt sich natürlich auch auf der Wirtschaftsseite nieder. Nach drei Tagen hat, ähm, GTA 5 eine Milliarde Dollar eingespielt. Der Kinokassenhit Avatar hat dafür 17 Tage gebraucht. Es zeigt halt, wie viel Geld da eben, ähm, damit umgesetzt wird. Und was ich auch sehr, sehr falsch finde, ist, dass man sagt, die Videospiele. Man kann es leider nicht über einen Kamm scheren. Ich denke, wir sind uns einig, dass Tetris und Final Fantasy beides Videospiele sind. Aber es ist, weiß Gott, nicht dasselbe. Dass ich in einem Final Fantasy, ähm, in einem gewissen Maße viel mehr Arbeit habe, viel mehr Details habe, viel mehr Eindrücke habe als in einem Tetris. Ist ja klar. Ja, oder, keine Ahnung, Pac-Man sind halt Klassiker. Das ist was vollkommen anderes. Also, wenn die Leute der älteren Generation dahergehen und sagen, ja, ähm, ich weiß, wie das ist, süchtig zu sein. Ja, ich, ich hab auch mal hier, ähm, ich sag mal jetzt Mario, ja, die alten Mario-Titel. Ich hab auch die alten Mario-Titel gespielt und bin davon nicht losgekommen. Das ist Teufelszeug, ja. Ähm, ich, nee, tut mir leid. Also, ganz ehrlich, wenn ich einfach nur schlicht und banal wissen möchte, wie die Geschichte weitergeht, dann hat das nicht ganz damit zu tun, ähm, wie jetzt zum Beispiel einfach nur den nächsten Level zu absolvieren. Ja, ist für mich nicht das Gleiche. Okay, kehren wir aber wieder zurück zu meinem Pro und Contra, als ich damals der Lehrerin eben, äh, da hingeschrieben habe auf meinem Blatt Papier. Was hab ich da noch genannt? Hm, ist schon lange her. Haha, ein Aspekt war zum Beispiel noch, dass das ein Austausch eines Hobbys ist. Ich hab mit Leuten, ähm, Kontakte geknüpft, die sich einfach für dasselbe interessiert haben, für das Medium Videospiel eben. Wir haben uns auf dem Pausenhof, ähm, stundenlang darüber unterhalten können, was wir erlebt haben, ja, wie man weiterkommt, wie man feststeckt. Ich werde es niemals vergessen, wie ich, ähm, mit einem jungen Mann, Markus, grüße, wenn du das hörst. Wie ich mit ihm dagestanden bin und wir haben uns über Zelda Majora's Mask unterhalten. Da ging's um Käfais Maske oder Kaffei, egal. Auf jeden Fall ging's eben um diese Maske. Und wer das Spiel nicht kennt, ganz grobe Umrisse, es geht eben darum, die Welt wird in drei Tagen vernichtet und man hat eben drei Tage Zeit. Mit jedem neuen Tag ändern sich aber so ein bisschen die Muster und Gewohnheiten der Leute. Am ersten Tag läuft er eben um Punkt zwölf Uhr an den Briefkasten und guckt halt nach. Am zweiten Tag ist er im Gasthaus und am dritten Tag ist er zu Hause und verbarrikadiert sich. So, und man muss es irgendwie schaffen, eben in seine Hütte zu kommen. Wie macht man das jetzt? Und dann sagt er halt, ja, du musst halt, vor zwölf Uhr musst du es schaffen, dem einen Brief in den Briefkasten zu legen. Wenn er den liest, dann ist er erstmal beschäftigt, dann kannst du zu denen in sein Haus, weil er das vergisst, dann abzuschließen. Dann am nächsten Tag, dann kannst du halt mit dem Anhänger, den du findest, kannst du halt ins Gasthaus und kannst den der Frau geben, ja, und so weiter. Und das bringt halt den Stein ins Rollen. Und dann gerade darüber zu reden, wie das funktioniert, das ist so unglaublich aufregend und spannend einfach, weil man dann nach Hause kommt und das ausprobieren möchte. So, weiß ich noch alles, stimmt das überhaupt? Hat er mir jetzt Bullshit erzählt, ja? Das ist natürlich einfach dieser Austausch mit anderen Leuten. Woran ich mich auch noch gut erinnern kann, ist zum Beispiel die Abschlussprüfung der 10. Klasse. Da haben wir tatsächlich das Projekt Nintendo gewählt. Ja, das haben am Anfang alle belächelt, besonders die Lehrer. Ach, Nintendo, das ist doch kein Projekt. Da habe ich gesagt, warum nicht? Das ist kein Projekt. Wieso nicht? Ich habe gesagt, das ist ein Unternehmen, das stellt Produkte her, ja? Ja, ob das jetzt ein Föhn ist, ja, ob das Nudeln sind oder ein Videospiel, ist doch in dem Moment egal. Das hat eine Firmengeschichte, eine sehr lange sogar, 1889, also verdammt lange, würde ich mal sagen, wirtschaftlicher Aspekt und so weiter und so fort. Dass man dann natürlich über ein Zelda redet oder ein Mario, was das ist und wie sich das entwickelt hat, ist ja klar, weil das ist ja das Produkt, das sich entwickelt hat. Würden wir über BMW oder über Daimler-Benz reden, dann würden wir auch das erste Auto zeigen und das letzte Auto, ist doch klar. Wie hat sich das entwickelt? Dass das erste Auto totaler Scheiß war im Vergleich zu dem, was wir jetzt hatten, ist, glaube ich, allen von uns klar. Also ist doch auch bei Videospielen, ist ein Produkt. Hat der Lehrer nur mit dem Kopf genickt und hat gesagt, na gut, also wenn du das so aufziehst, dann okay. Ja, nach kurzem Abstimmen mit meinen Kumpels haben wir dann gesagt, okay, machen wir halt so, weil da kennen wir uns gut aus. Die Lehrer wissen ja eh nicht Bescheid, wenn wir da irgendeinen Käse erzählen, so auf gut Deutsch, ist ja wurscht. So, wir haben da so unglaublich viel Energie und Technik reingesteckt, ja. Also ihr müsst euch vorstellen, vor ein paar Jahren war das auch noch so, da hat noch keiner irgendwie mit Videobearbeitungssoftware, wie wir sie jetzt kennen, da hat noch keiner was damit zu tun gehabt. YouTube war da gerade noch so ein ganz, ganz leichter, schwummeriger Begriff. Du bist da nicht einfach auf YouTube gegangen und hast dir irgendwie das angeguckt, was du wolltest, aus dem Grund, weil es das nicht gegeben hat. Ja, wenn wir da jetzt Nintendo eingegeben hätten, keine Ahnung, was da gekommen wäre, aber nicht das, was wir brauchen. Ja, auch das Internet war noch nicht so lange geboren, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt. Wir haben Sounds aufgenommen, ja, ich bin dran gesessen mit meinem Headset, mit meinem Mikrofon, habe ich den Fernseher aufgenommen, ja. Die Musik davon oder bestimmte Sounds, ich erinnere mich bei Mario Party, weil wir verschiedene Charaktere vorstellen wollten. Donkey Kong, Diddy Kong, Mario, Luigi, Prinzessin, Peach und so weiter. Da habe ich einfach die Sounds genommen, wenn sie gewinnen, diese Juhu, I got it, ja und sowas. Wir haben uns statt in PowerPoint in Mediator eingearbeitet, was ziemlich kompliziert war als jugendliche Knürpse, sag ich mal, die von Technik nicht so viel Ahnung haben. Haben das gestemmt, während andere halt irgendwie mit ihren dreckigen Plakaten ankamen, haben wir die ganze Mediator-Präsentation fertig, die halt was fürs Auge war, die halt wirklich mit Animationen und Schieß mich tot. Klar, natürlich auf einem sehr einfachen Niveau, aber trotzdem, wir haben uns da halt Mühe gegeben, haben das versucht einfach für die Zuhörer interessant zu machen. An dieser Stelle sei vielleicht angemerkt, die Acht- und Neunklässler durften dann halt, ich sag mal, eine Vorlesung oder eben diese Präsentation, durften die sich aussuchen, in was die gehen. So, und jetzt hat man zur Auswahl zum Beispiel die Stadt Stuttgart, die Beschneidung der Frau, ihr geht an dieser Stelle wirklich, wer kommt auf so ein Thema verflucht? Und zum Beispiel Nintendo. So, ihr seid ein junger, jugendlicher Knürps, was wollt ihr in dem Moment hören? Dass unser Saal Proppe voll war und die Beschneidung der Frau nicht so viel Zuspruch gefunden hat bei den jungen Männern? Ist ja klar. Wir haben das dann auch sehr objektiv gemacht, obwohl das Nintendo hieß, haben wir das dann auch mit der Konkurrenz dann zum Beispiel verbunden. Microsoft und Sony und haben dann einfach so drei Plätze gemacht. Und da hättet ihr mal in das Gesicht der Leute sehen sollen, weil sie so richtig so dieses Gönnerhafte, weil sie genau gewusst haben, ja, ja, wir wissen schon, wer Platz 1 ist. Ist doch klar, dass das Nintendo ist. Nein, falsch. Wir haben Microsoft Platz 1 gegeben. Aus der Konkurrenzsicht. Einfach, weil die an die besten Chips kommen, ja, weil die die stärkste Hardware hatten zu der Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Und haben dann einfach gesagt, aufgrund deswegen ist die Konsole halt in Anführungsstrichen besser als Nintendo, ja. Wir waren in dem Moment fair. Wir haben das echt interessant aufgezogen. Und, ähm, die Reaktion der Lehrer, äh, als wir fertig waren, war halt, die waren total erstaunt. Ja, was wir aus diesem, ich sag mal, doofen Thema, ja, was wir da alles rausgeholt haben. Haben uns dann auch natürlich die besten Noten gegeben von allen Präsentationen, weil wir da alles professionell aufgearbeitet hatten. Und ich persönlich bin sehr, sehr stolz, dass wir uns für diesen Weg entschieden haben. Dass wir einfach gesagt haben, nein, wir ziehen's durch. Freut mich. Oder, ja, ich find's auch interessant, wo zum Beispiel ein Freund gesagt hat, er geht trainieren. Ja, was trainierst du denn? Ja, hier, Counter-Strike und so, ne? Ja, zugegeben, ich als nicht besonders riesiger Counter-Strike-Fan kann das halt in dem Moment nicht ganz nachvollziehen. Dass das dann aber wirklich mit Arbeit verbunden ist, sich diese Taktiken auszumachen, diese Sprache, sag ich mal, sich anzueignen und dass jeder weiß, was er zu tun hat, wenn's soweit ist, das erfordert doch schon Arbeit. Und da kann man durchaus sagen, ja, das ist Training, das ist okay. Sind Videospiele also verlorene Lebenszeit oder sind sie sinnlos? Der, ähm, Shape hat mir ja eine Videoantwort geschickt. Ich weiß nicht, ob sie öffentlich ist. Wenn nicht, dann wisst ihr jetzt, dass es eben eine Videoantwort gab. Und hat das relativ ausführlich und lange gemacht. Ich weiß nicht, ob ich's toppen werde. Wir wissen, ich kann reden wie ein Wasserfall verflucht. Gut, ich weiß auch nicht mal, ob ihr noch dran seid. Wenn ja, könnt ihr ja kurz euch wieder in den Kommentaren melden und sagen, was, ich bin noch da. Okay, so, worüber könnte ich dann noch in diesem riesigen Themenaspekt reden? Warum sind Menschen dagegen? Das ist vielleicht auch so ein interessanter Aspekt. Ich denke, der Hauptgedanke ist, dass da jemand da sitzt und eben mit niemandem interagiert. Also man verbarrikadiert sich halt zu Hause, ist in seinen vier Wänden und spielt halt diese doofen Videospiele und macht nichts anderes. Jetzt auf mich bezogen, ja, und auf meinen Let's Play Kanal auf Necrocon ist das so nicht ganz richtig. Also im Grunde, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich zocke vielleicht, wenn es vier Parts in der Woche sind pro Folge, dann bedeutet das, dass ich effektiv eine Stunde zocken muss, in Anführungsstrichen, dass ich vier Parts zusammenkriege. Okay, wenn ich zwei Projekte habe, sind das eben zwei Stunden und wenn ich drei Projekte habe, sind das drei Stunden. Ganz, ganz grob, ja, was ich zocken muss und möchte, damit ich eben die Parts uploaden kann. Und ja, jetzt haben wir also drei Stunden, die ich in der Woche zocke. Ist das zu viel? Also nee, jetzt sind wir mal ehrlich, drei Stunden am Tag ist ja schon ein gewisser Standard. Ob der zu viel ist, das muss man immer so ein bisschen davon abhängig machen, wie viel Zeit die Person eben an Freizeit hat. Wenn ich ein Schüler bin und ich komme um zwölf Uhr nach Hause und spiele drei Stunden und habe dann noch sieben Stunden, bis ich pennen gehe oder was, ja, dann sind drei Stunden nichts. Wenn ich aber nach Hause komme und ich habe nur fünf Stunden Zeit, weil Arbeitsweg und Arbeit und Essen kochen und so weiter, dann sind drei Stunden natürlich relativ viel. Das muss man halt sehen, in welcher Schicht man da selbst drin steckt. Ich kann die Leute dann verstehen, dass sie sagen, ja, man sitzt dann davor und verarmt, sage ich jetzt einfach mal ganz krass. Aber ich habe den Leuten immer versucht, so ein bisschen zu erklären, dass es ja auch andere Hobbys gibt, die exakt dasselbe tun, aber irgendwie keiner auf die Idee kommt, die schlecht zu reden. Ich habe immer als Beispiel das Gitarrespielen genannt. Wenn ich Gitarre spiele, dann sitze ich da, schaue mir meine Tabulaturen an, höre in die Lieder rein und lerne da eben, wie man das richtig zupft. Ja, was mache ich effektiv? Ich sitze alleine da und beschäftige mich mit dem Instrument. Seien wir mal ehrlich, ob ich jetzt ein Gamepad halte, ob ich jetzt eine Gitarre in der Hand halte oder ein Buch in dem Moment, ist doch Wurst, oder? Effektiv sitze ich ja eigentlich nur da. Jetzt kommt es aber darauf an, was stelle ich mit der gewonnenen Erfahrung, und das ist jetzt, glaube ich, die Kernaussage von dem, was ich jetzt einfach vermitteln möchte. Was stelle ich mit der gewonnenen Erfahrung an? Im Fall der Gitarre, ich könnte ja ein Konzert geben, ja, wenn ich richtig gut bin, oder ein Geek, oder was auch immer, oder ich könnte auch einfach ans Lagerfeuer mit meinen Kumpels gehen. Habe ich schon gemacht, ja, ich habe meine Gitarre ausgepackt und habe halt auf einem Festival unterhalten und hat relativ viel Spaß gemacht, werde ich aber nicht wiederholen. Und zum Beispiel jetzt auf das Buch bezogen, da kann man sich auch mit anderen Leuten austauschen, die dasselbe Buch gelesen haben und sagen, hey, hör mal zu, wie fandest du denn das und das und das? Ja, gerade bei Harry Potter war ja ein riesiger Hype. Ich gebe zu, ich habe Harry Potter angefangen zu lesen, da war gerade der vierte Band sehr, sehr aktuell und da war dieses riesige Harry Potter Fieber. Alle wollten Harry Potter lesen. Da wollte ich dann natürlich auch wissen, was ist denn da so interessant dran? Und so kam ich dann so ein bisschen in die Welt der Bücher. Ich lese ja auch Bücher, ja, aber Bücher sind halt für mich so etwas, was mir, es ist schwer zu sagen, wenn ich sage aufgezwängt, dann ist das so ein bisschen wie, ich kann natürlich den Charakteren meine Stimme verleihen. Ich kann natürlich die Szenerie mir ausmalen, wie ich sie möchte. Das Blöde ist halt einfach nur, ich lese und lese und lese und stelle mir halt was vor und plötzlich lese ich den Satz, ja, der Mond spiegelt sich im Wasser. Ja, scheiße, ich habe aber gerade gedacht, es ist Tag hell. Jetzt muss ich all das, was ich gelesen habe, revidieren, es zerschneiden und sagen, hoppla, das war vollkommen falsch. Meine ganze Szene, die ich mir vorgestellt habe, die war Müll, das war ja alles nachts. So, und das hast du halt bei Videospielen und Filmen schon mal nicht, weil da siehst du was. So, zweitens finde ich auch die Tatsache, dass man da selber dran mitwirkt, irgendwie an einem Videospiel, dass man da eben die Figur steuert. Das lässt einen eben in gewisser Weise tiefer in diese ganze Welt eintauchen und manche Spiele treiben es eben auf die Spitze und überlassen einem völlige Handlungsfreiheit. Da gibt es zwei Spiele, die man so ein bisschen gegenüberstellen kann. Auf der einen Seite würde ich jetzt zum Beispiel Fable nennen, so dieses, entweder du tust Gutes und wirst halt ein Held oder du tust Böses und wirst halt ein gefürchteter Schurke, ja. So ein bisschen tu, was du willst, aber das Spiel wird trotzdem weitererzählt. Oder sowas wie jetzt zum Beispiel Beyond Two Souls hat auch einen Handlungsstrang, ist auch in gewisser Weise ein Film, aber es bleibt einem selbst überlassen, was man in dem Moment als richtig empfindet. Das macht die Sache natürlich irgendwie interessant, weil es ist mehr auf die Person zugeschnitten. Bei einem Buch oder einem Film, da kann ich nicht entscheiden, da kann ich nicht irgendwas wählen. Ich träume davon, dass irgendwann mal ich ins Kino gehe und bei gewissen Situationen halt das Bild einfriert. Man drückt dann halt auf dem Stuhl, auf dem man sitzt, A, B oder C. Drei Antwortmöglichkeiten, die einem da in dem Moment gegeben werden. Und das, was der Saal am meisten angetippt hat, das wird dann im Kino halt umgesetzt. Also drei Szenen wurden dann vorgefertigt und dann heißt es, aha, okay, Voting abgeschlossen. Dann rennt sie halt jetzt aus dem Haus oder so, ja. Okay. Und was man eben noch bedenken muss, ist, dass Videospiele noch gar nicht so lange existieren, ja. Sagen wir mal ungefähr 30 Jahre. Sind wir mal großzügig, sagen wir 40. Ja, 40 Jahre gibt es jetzt Videospiele. Und wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzt, was mit neuen Medien passiert in der Gesellschaft, dann wiederholt sich das immer. Kino sollte damals verboten werden. Teufelszeug. Geht ja gar nicht. Ist ja Hirnwäscherei, nicht wahr? Und ein Ding. Kannst du nicht einfach irgendwie die Gedanken eines Regisseurs auf die Leinwand projizieren, ja. Geht gar nicht. Jetzt haben wir Kinofilme. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, zu sagen, Kinofilme sind unnützes Zeug. Ist halt ein Unterhaltungsmedium, das sich durchgesetzt hat. Ist ja auch gut so. Rock'n'Roll. Ja, scheiße noch eins. Das verpestet die Gedanken unserer Kinder. Rock'n'Roll müssen wir verbieten. Die sind daran schuld mit ihren Texten, dass sich Billy Joe die Birne weggeballert hat, weil er im Text von Ozzy Osbourne das und das gehört hat. Ja. Jetzt hören wir Metal. Deutschland hat das größte Heavy-Metal-Festival der ganzen Welt. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, zu sagen, dass Metal etwas ist, das man verbieten müsste. Gut oder schlecht. Das bleibt jedem selbst überlassen, natürlich. Aber es ist integriert. Es gibt Menschen, die mögen es und es gibt Menschen, die mögen es nicht. Punkt. Also, warum ist das bei Videospielen noch so ein großes Ding? Warum ist man da immer noch so ein bisschen skeptisch, ja, ob das was taugt oder nicht taugt? Ich sage immer ganz gerne, im Grunde ist es doch ein Hobby wie jedes andere auch. Ja, ob ich jetzt meine Eisenbahn sammle, ja, ob ich jetzt, keine Ahnung, Zeug fotografiere oder ob ich eben selber Bücher schreibe oder keine Ahnung. Es ist so ein bisschen okay zugegeben. Das Beispiel war deswegen blöd, weil das eine machst du aktiv und das andere passiv. Also, wenn du Fernsehen schaust, dann schaust du halt und machst das passiv. Und wenn du selber eine Sendung machst, dann machst du das halt aktiv und arbeitest daran. Und ich würde jetzt ganz gerne die Kurve kriegen zu Necrocon und meinem Let's Play-Kanal. Weil ich ja vorhin angesprochen habe, dass ich mit Videospielen einfach einen ganz anderen Umgang habe. Bei mir war es schon ewig ein klein gehegter Wunsch von mir, einfach mal irgendwie in irgendeiner Form Online-Redakteur zu sein oder Redakteur allgemein, ja. Einfach über Videospiele schreiben und das hat einfach den Hintergrund. Es gibt so ein paar Redakteure, die ich einfach schätze. Wenn die irgendwas schreiben und ich mir das durchlese, dann weiß ich, okay, wenn derjenige ein großer Fan von zum Beispiel Batman ist und derjenige sagt, Mensch, ich bin enttäuscht, das Spiel ist nicht gut, dann verlasse ich mich in dem Moment auf seine Meinung. Die sehr oft dann auch mit meiner Meinung übereinstimmt. Das heißt nicht, dass er in allem und immer ausnahmslos Recht hat, aber es ist einfach ein Indikator und dafür sind diese Redakteure ja da, um zu sagen, hey, hör mal, wenn du sonst immer meiner Meinung bist und mir vertraust so auf die Art, dann lass dir von mir sagen, das neue Batman ist halt nicht so toll. So auf die Art, ja. Klar, jetzt gibt es wieder andere, die sagen, nee, was redest du denn da, das neue Spiel ist doch super. Ist immer Geschmacksfrage, aber ein Redakteur muss das einfach können, dass er sagt, objektiv, wem gefällt es und wem gefällt es nicht. Dass man sagt, die, die die alten Comics sehr, sehr mochten, die werden sagen, nö, ist doof und die, die die neuen Comics mögen, die werden sagen, hey, gefällt mir. Und ich glaube, das kann ich ganz gut, weil ich einfach, ähm, dieses Objektive, ähm, besitze. Mit NekroCon und dem Let's Play Kanal ist es ja relativ ähnlich. Da mache ich ja auch diese Reviews, da mache ich auch die Let's Plays, da mache ich die Unterhaltung, die, ähm, Zusatzinformationen, die Hintergrundinformationen oft, die einfach mit diesen Videospielen zusammenhängen. Ich versuche euch auch so ein bisschen diese Faszination zu vermitteln, gerade in Castlevania. Ich glaube, mir wird keiner widersprechen, dass Castlevania eine tolle Inszenierung hat und, ähm, in manchen Situationen einfach eine schön erzählte Geschichte hat. Und ich möchte einfach dieses Medium, ähm, als das sehen, was es ist, als Unterhaltungsmedium und zugegeben, wenn halt jemand 10 Stunden am Tag oder was spielt, dann ist es aus dem Grund zu viel, weil alles, was du 10 Stunden am Tag machst, ist zu viel. Ja, ja, bis auf Arbeiten vermutlich. Das sehen die Chefs halt nicht wirklich. Aber wenn du, ich sag mal, äh, 10 Stunden am Tag Fahrrad fährst, klar ist das gesund für den Körper in gewissem Sinne, aber ist halt übertrieben. Kannst auch 10 Stunden am Tag Fernsehen gucken, aber ist auch irgendwie nicht so das Wahre, oder? Hier ist halt das richtige Maß entscheidend. Es muss jeder selbst für sich entscheiden. Man kann nicht sagen, 2 Stunden am Tag oder 3 Stunden am Tag oder nur eine halbe Stunde am Tag sind genug oder nicht genug oder wie auch immer. Ich von mir kenne das ungefähr so, dass ich periodisch zocke, soll heißen. Nein, Blödsinn, nicht periodisch, intervallartig, äh, intervallartig, schweres Wort, soll heißen. Es gibt ein Spiel, das zocke ich dann, ähm, sagen wir mal, 5 Stunden am Tag, richtig fast ununterbrochen. Ja, da möchte ich nicht angerufen werden, da möchte ich nicht zurückschreiben, da möchte ich nichts anderes tun, als dieses Spiel zu spielen. Und dann fasse ich den Controller aber im übertragenen Sinne, das geht beim Let's Playen jetzt nicht, aber im übertragenen Sinne einfach mal, äh, 2, 3, 4 Wochen nicht an. Ja, so war das eigentlich vor meinem Let's Play Kanal. Da habe ich auch mal 2 Monate, äh, das Gamepad nicht angefasst, weil ich da in dem Moment einfach keinen Bedarf und keine Lust hatte, weil ich da einfach kein Spiel hatte, das mich so sehr reizt. Der verantwortungsvolle Umgang, der ist halt wichtig. Das wurde auch in dieser Show, ähm, so ein bisschen, ähm, gefragt, sag ich mal. Sollen Eltern mitzocken? Ja, sollen die sich dafür interessieren? Ja, bitte, unbedingt, allgemein alles, was das eigene Kind macht, darüber muss man doch als Elternteil informiert sein. Vielleicht, wenn es auch eine App hat oder was, dass man sich da hinsetzt und darüber redet, was da denn gerade abgeht. Dann zum Thema USK zum Beispiel, das wurde auch da aufgegriffen, ähm, Videospiele für Kinder, ja, die, die ab 18 freigegeben sind, wo setzt man da die Grenze? Ich persönlich, ich muss sagen, ich kenne das zum Beispiel von mir und meinem kleinen Bruder, als ich Resident Evil 4 gezockt habe, da war ich, ich glaube, 16 oder 17, ja. Ja, und, ähm, ich wusste halt, ich kann mir das zumuten in dem Moment. Und auch meine Eltern hatten damit in dem Moment, äh, kein Problem, ja, weil sie einfach wussten, okay, ist halt mein Hobby und, äh, weil sie sich nicht so gut damit ausgekannt haben in dem Moment, was das genau ist, was ist ein Resident Evil, ja, werden da Zombies abgeknallt und so weiter. Die, ähm, haben sich da auch in dem Moment einfach nicht viel dabei gedacht. Gott sei Dank, muss ich eigentlich schon fast sagen, wenn sie mir das verboten hätten, das wäre ja krank. Also, bei, bei einem Kumpel war es tatsächlich so, die Eltern haben es ihm verboten und er ist dann immer zu mir gekommen, um es sich bei mir anzugucken. Und jetzt auf meinen Bruder zurückzukommen, der war eben, ähm, wir halt waren da ungefähr, sagen wir mal ungefähr 8 oder 9 oder was. Und dadurch, dass ich selber mal dieses Erlebnis hatte, dass ich Albträume hatte vom ersten Resident Evil, wollte ich ihm das natürlich auch nicht zumuten. Das ist dann auch wichtig, als erwachsene Person demjenigen zu erklären, also dem Kind eben, dass man sagt, du hör zu, das ist leider nicht für dich. Natürlich hat er geweint, natürlich hat er, war er total traurig. Es ging in dem Moment nicht um das Spiel, es ging darum, dass sein großer Bruder ihn ausschließt, ja, es geht darum, er darf nicht mitgucken. Er darf doch sonst immer mitgucken. Bei Mario, bei Zelda darf er mitgucken, darf dabei sein, darf mitspielen, ja. Ja, es wird der Controller getauscht und plötzlich ist da dieser Riegel, plötzlich dieses Halt, jetzt darfst du das nicht mehr. Jetzt musst du dem halt irgendwie erklären, ich mach das nicht aus Bosheit oder was, sondern ich mach das, weil das einfach, ich hab ihm immer gesagt, ich will nicht, dass du Albträume hast und ich will nicht, dass du da einfach Angst hast. Und er hat's eigentlich verstanden, also er war zwar noch ein bisschen traurig und enttäuscht, aber er hat trotz seines jungen Alters schon verstanden, dass ich ihm schützen möchte, dass ich ihm nichts Böses wünsche. Verantwortungsvoller Umgang, ich kann's nur nochmal sagen, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn halt, wie gesagt, als 16-Jähriger ein 18er-Spiel, das ist halt halb so wild in meinen Augen, ja. Es kommt auch ein bisschen drauf an, ob ich jetzt ein, ich sag mal GTA 5 spiele oder ein, sagen wir mal Dead Space oder was. Beim einen, da knallst du Menschen ab, die halt umfallen und gut, ja. Und beim anderen, da hast du halt Leichen, die du zerfleddern musst und abtrennen musst um Monster und Schockmomente und überhaupt. Beides ab 18, aber ich würd sagen, Dead Space ist halt so ein bisschen, ja, ist gefährlicher in dem Moment, so würd ich's einfach bezeichnen. Videospiele sind also alles andere als Zeitverschwendung. Ich find, Videospiele sind super, sind eine Subkultur, grad auch die Gamescom zeigt, dass wir immer mehr werden. Ich finde und wünsche mir, dass Videospiele eben das werden, was früher Rock'n'Roll, Kino und Kürzeröcke nicht waren und heute trotzdem sind. Ganz normal und alltäglich. Mein Name ist Necrocon, bis dann.